Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Video mit meinem Kenntnis und zwar Minecraft Survival Part Nummer 2 Heute kümmern wir uns hauptsächlich um unsere Leggings und Island gescheiten Unterschlupf, weil ich kann es nicht einfach so stehen lassen, wie wir jetzt ausgerüstet sind Wir bauen uns ähm, sowas ähnliches wie ein Villager House, schätze ich nochmal World in XXXL mit, oi, allen Sachen, die das Herz begehren Das ist auf jeden Fall mein Plan So, ich bin jetzt schon recht müde, vielleicht progress, aber ich bin hyped, jetzt aufzunehmen Das letzte Video hat ca. dreieinhalb Tage gebraucht, bis ich das fertig geschnitten habe Wegen Auch wenn ich kenne so, das wären die besten Videos, die Die Reihe wären die besten Videos, da möchte ich richtig reinhauen Das wären die besten Videos, die von mir je gesehen haben, würde ich auch mal sagen Ja, ähm, ich probiere jetzt zu viel wie möglich zu plappern Ich hole mir jetzt dabei ein bisschen Holz Ja Im Moment, wenn der Algorithmus uns lieb hat, gehen die Videos richtig ab Also für meine Verhältnisse jetzt her Das freut mich richtig Das letzte Video hat 40 Minuten in der Rohaufnahme gedauert Und ich hab halt einfach die Zeit übersehen Das wird jetzt mit der Zeit immer besser Ja Ja Ähm Wie geht es um unsere weise Farm? Lebt auch noch, actually Au Bam bam Wir bauen uns wie in Minecraft Hardcore Staffel 3 glaub ich was Ja Staffel 3 Oder Staffel 2 Ich weiß es nicht Das heißt es nicht so gut funktioniert Wir bauen uns ein Großes Baumhaus Wir bauen unser Baumhaus Nicht so weit abgelegen, aber bis hier abgelegen vom Dorf hin So 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 3 So ungefähr schaut, sollte unser Amazon ausschauen Bam Der Eingang ist da Und von da geht es jetzt halt 4 in die Höhe Ungefähr Und dann geht es zusammen Und dann geht es zusammen Oh mein Gott, das ist jetzt schon die Nacht 2 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 15 14 14 14 15 16 15 16 15 16 und hätte auch ein zweites stock rück das kann schon ganz gut kommen muss ich sagen so das hat doch ganz geil aus ja das ist minimal ist der schalter mir so jetzt machen wir uns eine tür nicht so gut aus muss ich sagen ja 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 So. 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 So.